Die Extrakorporale Stoßwellenlitoge Die Extrakorporale Stoßwellenlito-Tripsie hat die Harnsteinbehandlung grundlegend verändert. Circa 70% aller Harnsteine, die einer aktiven Behandlung bedürfen, können heutzutage mittels ESWL behandelt werden. Der Erfolg der ESWL hängt dabei von der Größe des Steins, von der Lokalisation und von der Konfiguration des Hohlsystems ab. Während die Steinfreiheitsraten bei der ESWL oberer Nierenkelchsteine mit 80% günstig sind, sind die Steinfreiheitsraten nach ESWL von großen unteren Nierenkelchsteinen mit 50% geringer. Diese Nierenübersichtsaufnahme zeigt einen ca. 15 mm messenden unteren Nierenkelchstein rechts. Entsprechend der international anerkannten Guidelines besteht hier die Indikation zur Stoßwellenlito-Tripsie. Im vorliegenden Fall wurde wegen der Größe des Steins zunächst ein Doppel-J-Katheter eingelegt und anschließend zweimalig eine ESWL durchgeführt. Die Aufnahme zwei Monate nach ESWL zeigt das Problem des großen unteren Nierenkelchsteins deutlich. Trotz Integration besteht keine Steinfreiheit. Ganz im Gegenteil ist hier eine weitere endourologische Behandlung indiziert. Besonders ungünstig sind die Ergebnisse der ESWL, wenn, wie im gezeigten Beispiel, ein spitzer Winkel zwischen Harn- und unterer Nierenkelchgruppe und eine große Kelchhalslänge besteht. Als primäre Behandlungsalternative zur Therapie von großen unteren Nierenkelchsteinen steht die percutane Nephrolitolapaxie zur Verfügung. Sie gewährt bei einer deutlichen Verkürzung der Operationszeit eine Steinfreiheitsrate bis 90%. Die günstigeren Ergebnisse der percutane Nephrolitolapaxie sind allerdings mit Gefahren verbunden, die in der höheren Invasivität der Methode begründet sind. Dazu zählen in bis zu 15% transfusionspflichtige Blutungen die Perforationsgefahr, die Verletzungsgefahr benachbarter Organe wie Leber, Milz, Darm oder Lunge. In Einzelfällen Phrektomie wegen Blutungskomplikationen erforderlich. Die Risiken einer percutanen Harnsteinentfernung haben allerdings nur für konventionelle Instrumente mit einem Instrumentenquerschnitt von 26 Charrier-Gültigkeit. Es ist also nahe ein miniaturisiertes Nephroskop zur percutanen Harnsteintherapie einzusetzen, das gleichermaßen hohe Steinfreiheitsraten und geringe Invasivität erlaubt. Die Traumatisierung der Niere ist vom Instrumentenquerschnitt. Dabei besteht eine Abhängigkeit der Querschnittsfläche vom Durchmesser im Quadrat. Das heißt, dass mit einer Halbierung des Instrumentendurchmessers eine Reduktion des Punktionskanalquerschnitts um ca. 50% erfolgen kann. Durch die Lage der Nieren im Retroperitoneum sind für die percutane Punktion zur Mini-PCNL die benachbarten Organe wie Leber, Milz, Darm und Lunge beachten. Für untere Nierenkelchsteine ist die Punktion des Nierenbeckenkelchsystems in einem Areal lateral der Wirbelsäule möglich, das unterhalb des unteren Rippenbogenrandes lokalisiert ist. Unter der Fischerkontrolle erfolgt die gezielte Punktion der unteren Nierenkelchgruppe über die Nierenpapille. Über einen präoperativ-Retrograd eingelegten Ballon-Oritären-Katheter kann durch Applikation von Mytylen-Blau und Kontrastmittel die Punktion vereinfacht werden. Nach Entfernung der Punktionskanüle wird dann eine Bugierung des Punktionskanals über den noch liegenden Führungsdraht vorgenommen. Bis zuletzt der 18-Scherrier-Amplatschaft oder der Nefroskopschaft für die Mini-PCNL gesetzt werden kann. Vor der minimalinvasiven Percutane-Nephrolito-Lapaxie, kurz Mini-PCNL, erfolgt zur Retrograden-Einlage eines Ballon-Oritären-Katheters Grund des Patienten in Steinschnittlage. Der Ballon-Oritären-Katheter stellt einen speziell konfigurierten Harnleiter-Katheter dar, der neben einem zentralen Lumen zur Retrograden-Pyrographie im distalen Bereich einen blockbaren Silik aufweist. Die Entrierung des Sourete-Osteums wird durch Verwendung des Albaran-Instrumentes deutlich erleichtert. Unter röntgenologischer Kontrolle erfolgt das weitere Vorschieben des Souretären-Katheters, der in der Pyrographie zuletzt mit der blockbaren Spitze im Nierenbecken platziert wird. Nach Entfernung des Zytoskopschaftes wird der spezielle Adapter zur Applikation von Kontrastmittel und Blockflüssigkeit am distalen Ende des Oritären-Katheters angebracht. Durch Kontrastmittel-Applikation erfolgt nochmals die Lagekontrolle des Oritären-Katheters, der anschließend mit 1 bis 2 ml isotonischer Kochsalzlösung im Nierenbecken geblockt wird. Da der Ballon-Oritären-Katheter die Migration von Steinfragmen-Harnleiter verhindern soll, ist es erforderlich, den Ballon des Oritären-Katheters bis in das Infundibulum zu ziehen. Vor Umlagerung des Patienten zur Mini-PCNL erfolgt noch die Einlage eines transuretralen Katheters. Die Lagerung des Patienten zur Mini-PCNL erfolgt in Bauchlage mit abdomineller Unterpolsterung. Vor Percutaner-Punktion erfolgt nochmals eine retrograde Biolographie, da der Misch aus Methylen-Blau und Kontrastmittel über den Oritären-Katheter appliziert. Unter Durchleuchtung wird nun mittels Punktionskanüle der optimale Punktionsweg in anterior-posteriorer Richtung bestimmt. Zur Vereinfachung der anschließenden Punktion kann eine Markierung der Punktionsrichtung auf der Haut erfolgen. Die sonografische Punktion des Nierenbecken-Kelch-Systems erfolgt unter sorgfältiger Beachtung dieser Punktionsrichtung, wobei die Sonografie die exakte Tiefenlokalisation des gewünschten Nierenkelches erlaubt. Die korrekte Punktion wird unmittelbar durch den Rückfluss von blau gefärbtem Urin über die Punktionskanüle sichtbar. Über die Punktion wird ein Führungsdraht unter röntgenologischer Kontrolle in das Nierenbecken-Kelch-System vorgeschoben. Hier hat sich die Verwendung eines Führungsdrahtes nach Schöller bewährt, der im weiteren Verlauf der Operation eine Bugierung des Punktionskanals erleichtert. Die Entfernung der Punktionskanüle wird der Punktionskanal aufsteigend mittels Kunststoff-Bugies in den Stärken 10, 12 und 14 Schaillier unter radiologischer Kontrolle bugiert. Die Bugierung wird mit einem Spezial-Edelstahl-Bugie, der Stärke 15 Schaillier, abgeschlossen. Beim Vorschieben des Bugies ist zur Vermeidung einer Perforation besonders auf die mediale Nierenbeckenwand zu achten. Es wird über den Metall-Bugie die Einlage des Amplatzschaftes unter radiologischer Kontrolle vorgenommen. Die Verwendung von Gleitmittel sowie drehende Handbewegungen erleichtern das Vorschieben des Schaftes. Bei noch liegendem Führungsdraht wird dann unter Verwendung des Mininephroskops nach Lahme eine orientierende Endoskopie des Hohlsystems durchgeführt. Die orthotope Lage des Amplatzschaftes und die Lokalisation des Konkrementes erfolgen, sodass für alle weiteren operativen Schritte aus Praktikabilitätsgründen eine Entfernung des Sicherheitsdrahtes vertretbar ist. Zur Steindesintegration eignet sich unter anderem die Ultraschall-Lithotripsie. Dazu wird die 6 Schaillier-messende Ultraschallsonde über den Arbeitskanal des Mininephroskops bis zum Harnstein vorgeführt. Die Schall-Lithotripsie ermöglicht gleichermaßen die Desintegration des Harnsteins und die Absaugung kleinster Fragmente, sodass diese Desintegrationsmethode insbesondere für Infektsteine und für residuale Steine nach ballistischer Lithotripsie geeignet wird. Die ballistische Lithotripsie eignet sich für Harnsteine jeder Komposition. Ziel der ballistischen Lithotripsie ist die Desintegration des Konkrementes in Fragmente, die aufgrund ihrer Größe den Innendurchmesser des Amplatzschaftes ausnutzen. Da die ballistische Lithotripsie unter Sicht erfolgt, kann eine Perforation des Hohlsystems gut verhindert werden. Gut zu sehen sind hier die Fragmente, die im nächsten Schritt rasch extrahiert werden können. Auch die Hohlmium-Laser-Lithotripsie eignet sich zur Desion aller Harnsteine. Der Vorzug der Laser-Lithotripsie ist in den kleinkalibrigen Sonden von 200 bis 500 Mikrometer zu sehen, die jederzeit bei gegebenem Querschnitt des Arbeitskanals einen maximalen Spülstrom erlauben. Die Extraktion von Fragmenten kann wahlweise mittels Fasszange oder mittels Körbchen erfolgen. Bei limitiertem Arbeitskanalquerschnitt hat sich hier wegen des günstigeren Spülstroms von sogenannten Tipless Baskets bewährt. Hierbei handelt es sich um spezielle Dormiakörbchen, die im distalen Bereich keinen Überstand haben. Sie erleichtern so das Einfangen von Konkrementen, die an der Nierenbeckenkell liegen. Außerdem wird die Gefahr einer Nierenbeckenwandalteration mit konsekutiver Blutung vermindert. Dazu wird der Innenquerschnitt des Amplatzschaftes bei der Extraktion mittels Körbchen optimal ausgenutzt. Bei guten Sichtverhältnissen kann durch Mini-PCNL eine endoskopische Steinfreiheit erzielt werden. Bedarfsweise kommen hier auch kleinkalibrige, flexible Nephroskope zum Einsatz. Die postoperative Einlage einer Percutane-Nephrostomie ist immer dann sinnvoll, wenn eine zweite, gegebenenfalls auch flexible Pyoloskopie von Restfragmenten nicht auszuschließen ist oder wenn aufgrund von blutigen Urinverhältnissen eine gute Drainage des Hohlsystems erforderlich ist. In anderen Fällen kann auf die Einlage einer Percutane-Nephrostomie verzichtet werden. Dekonnektierbare Percutane-Nephrostomien haben den Vorzug, dass sie über den Amplatzschaft ohne erneute Verwendung eines Führungsdrahtes platziert werden können. Nach Lagekontrolle der Nephrostomie durch Kontrastmitteldarstellung wird der Eingriff mit der Fixierung der Nephrostomie im Hautniveau durch Naht beendet. Die abschließende Nephrostomie-Darstellung zeigt die orthotope Lage der über die Nierenkelchgruppe einlegenden Nephrostomie sowie die Steinfreiheit. Eine weitere Indikation zur Mini-PCNL ist die Versorgung eines Nierenkelch-Divertikelsteins, der in diesem Fall weder durch Stoßwellen-Lithotripsie noch durch flexible Oretro-Rhenoskopie versorgt werden konnte. Hier folgte zunächst die Percutane-Punktion des Nierenkelch-Divertikels. Durch Mini-PCNL wurde endoskopische Steinfreiheit erzielt. Anschließend wurde der Divertikel-Hals-Antigrad geschient und anschließend mittels Holmiumlaser inzidiert. Die abschließende röntgenologische Darstellung zeigt das postoperative Ergebnis mit Steinfreiheit und Therapie der Divertikel-Halsenge, die noch mittels Nephrostomie geschient ist. Bisher wurde die Mini-PCNL bei über 160 Patienten durchgeführt. Das Alter in diesem Kollektiv betrug zwischen 6 Monaten und 92 Jahren. Die Steinfreiheitsrate lag bei 93. Die Komplikationsrate war gering. Die Indikation zur Mini-PCNL besteht nach den bisherigen Erfahrungen insbesondere bei großen, unteren Nierenkelchsteinen, bei denen die Steinfreiheitsrate der Stoßwellen-Lithotripsie ungünstig ist und lange Operationszeiten in Kauf genommen werden müssen. Die Komplikationsrate der Mini-PCNL ist dabei bisher nicht höher als bei der Stoßwellen-Lithotripsie. Die Steinfreiheitsrate aber donstiger. Wegen des geringen Instrumentenquerschnittes stellt die Mini-PCNL eine sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Nephrolitro-Lithotripsie dar, die sie aber in keinem Fall ersetzen kann. Die comparisonswwww-Lithotripsie darm instead Über외 aus Dessurw aren Von Möten zum unteren Nieren-Lithotripsimuk ein Us T эту Untertitelung des ZDF, 2020